Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Let's Play Fable, The Lost Chapters. Das letzte Mal haben wir Donner und Dornrose besiegt, damit wir an ihre Seelen kommen. Und wir müssen jetzt nur noch eine Seele sammeln und das wäre die Seele des Gilmeisters. Oder eine andere. Aber ja, den Gilmeister, naja, nehmen wir den. Welche? Ah ja. Aha. Aha. Ihr habt's gehört. Ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder ich gehe Nostros Seele einsammeln, oder ich nehme mir die die vom Gildenmeister. Da kann ich nicht einmal... blöder Kerl. Yo, habe ich. Ibi der Chef. Jetzt könnte ich noch irgendeine Heiratungen, siehst aber lecker aus. Ich will mich nicht aufhalten lassen, aber nö. Ja, aber doch, ne. Aber... wir statt dem gelten meister einen kleinen besuch ab schul wie du dich allala schul wie du wie 20 schlüssel 20 ja ich werde dann bevor es ich will aber dumm ich will hier nur spazieren ich werde zum kampf die 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 kommt her hier bitteschön so heiß feuerwerk nur für euch na ja ich glaube ich habe das noch nie umgelegt das habe ich irgendwie nie übers herz gebracht hallo gelmeister wo ist die stimme hallo stelle toll ja ich habe ihn wirklich noch nie ja jetzt fliegt wer salutiert irgendwelche letzten wünsche den geld holz einsehender klar kein problem wo sind da viele wachen wo ist ja da kommt nochmal aha er heilt sie und unterstützt sie und alles okay dürfte man wissen wann du wieder runter kommst k ha 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 Weitere und was schloss ist kopf und das ist es so dass ich noch die anderen auf der anderen Seite is sie muss na sieht's aus 1, 2, dann noch 2 ah geht nicht toll, es nimmt nur 1 na komm, du auch noch, komm jetzt, oh man reg mich nicht auf ah, das war der letzte als mich Mace verriebt wusste ich, dass er ein Feigling war aber ihr ihr seid die größte Enttäuschung von allen ihr habt zu viel Macht erhalten sie hat euch verdorben aber es ist nie zu spät zur Umkehr hört jetzt auf und es gibt noch Hoffnung für euch für uns alle bitte lasst mich euch zum Friedhof teleportieren nehmt stattdessen Nostrosseele ja, versteckst dich hinter deinen Wachen ich bin kein Wehrlosser, Alter ich bin kein Wehrlosser, Alter öltiges Opfer aber da ihr jetzt die letzte Seele hat wirst ihr zum Schrein zurück hier mhm auch zu, aber kommt Schrein haben wir die Seele eingespeist und ohlala ne Leitschau was ist das, ne Disco? also die Musik ist schon mal scheiße oh das Tor ist offen hast du mal wieder einen fahren lassen? nein oh ich bin da tot sagt ja schon sein Name tot bin da A-Kunstkreis A-Kunstkreis ja es ist eines soweit ich müsste nur noch durchschreiten und Jack erledigen aber das werde ich noch nicht machen und ihr werdet jetzt aber nein, wir wollen Jack tot sehen ja, ihr habt ihn schon ganz gut gesehen haha nein ähm es war noch elf Silberschlüssel auf mich gefunden zu werden und ja und vielleicht noch die eine oder andere Nebenquest und ich glaube eine Dämonie habe ich noch nicht geöffnet und bevor ich Jack erledigen werde werde ich das alles noch machen oh ja und ihr müsst euch gar nicht beschweren oder sonst irgendwas ich werde meine Meinung nicht ändern nö dann kommt mir ja nicht irgendwie mit dem Spruch ja das kannst du doch alles nach Jacks tot machen und sagen wir werden jetzt tot sehen nein das mache ich alles vor Jacks tot weil wenn Jack tot ist ist das Spiel fertig und ich werde es nicht mehr spielen nö nö deswegen will ich noch jetzt noch so wie wir mich machen also ich hoffe ihr habt nichts dagegen und wenn ihr habt Pech gehabt ich mache es so Punkt Komma Strich Ausende also das nächste Mal werden wir wohl ein paar äh Silberschlüssel suchen gehen also Ciao Ciao und bis dann bis dann bis dann